Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich ein bisschen mit Esken zocken, den kennen sicherlich die meisten von euch. Ich werde erst ein paar Runden Duos mit ihm spielen und danach werde ich wahrscheinlich ein 1 gegen 1 gegen ihn machen. Für die, die das interessiert, die können gerne dranbleiben. Es würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr meinen Support-The-Creator-Code im Shop benutzt. Ihr könnt mir auch gerne ein Bild davon auf Instagram schicken, dann kommt ihr in meine Story. Und mich würde es außerdem mega freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da lasst. Das dauert gar nicht lang und unterstützt mich mega krass und es wäre auch korrekt, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und falls ihr mit mir zocken wollt, dann schreibt einfach einen Epic Games-Namen unten in die Kommentare. Und ich würde mir ein paar von euch aussuchen und vielleicht gegen euch ein 1 gegen 1 machen oder ein paar Träger-Runden-Squatch spielen. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, haut rein, wir sehen uns gleich. Jo, was geht? Jo, was geht, Digga? Nichts bei dir. Nichts, Digga, du hast mich eingeladen zum Tonken. Ja, ja, nochmal, wo willst du hin? Pff, Digga, lass mir mal dein Handyspiel anschalten, oder? Ja, lass mal plassend gehen, komm. Das ist jetzt so eine richtige Runde. Raustassen wir hier. Sweetie Pet, wie wirst denn du auf den Namen gekommen? Hat denn deine Freundin eingetippt, oder was? Sweetie Pet? Nein, Digga, das ist einfach so. Sweetie Pet? Ja. Könnte aber auch Sweetie Pet sein, Digga. Aber no homo. Sweetie Pet? Sweetie Pet ist voll der geilen Name. Ich schwöre sogar. Ja, Mann. Tante Shanti mit SCH, Leute, ihr wisst Bescheid. Tante Shanti. Ich schwöre, dass halt wirklich Top 1 einfach, wenn du Tante eingibst, kommt einfach Tante Shanti Fortnite ohne SH. Nein, weil wir es sieht, ne? Der hat ein Turret gebaut. Boah, der schießt mich mit dem Turret. Der wird mich auch so wegschießen, ne? Ich hab ein Slurp. Ich hab aber nur ein Slurp. Äh, mich ja absolut. Weg, gib dich. Ach, bitte lass mich in Ruhe. Na, Junge, der fuckt mich so ab. Der fuckt mich jetzt schon ab. Ich weiß schon, wie viel hat mich abfuckt. Er hat geschützt. Aber er hat ein Turret. Huh. Shadowgames YouTube immer. Er war's komplett. Öh, Bar schmeckt das richtig. Scheiße. Warum? Was ist los? Was trinkst du? Ich war bei Real, weil ich mir eine Mikrowelle gekauft hab und dachte mir, wenn ich schon da bin, kann ich auch das trinken. Ich dachte, scheiße. Ich hab halt nur Sound auf einem Ohr, Digga. Weil meine eine App hat es leer, der andere nicht. Das kommt der fest. Das ist schon wieder die Ausreden, Leute. Ja, normal, Digga. Man sagt Profi-Youtuber, die ist das. Warum machst du mal ein Video mit deiner Freundin? Muss ich... Digga, sie will halt einfach nicht. Warum nicht? Ja, Digga. Was soll ich machen? Ich kann dir ja nicht zwingen. Ich hab die schon in echt gesehen. Also, Leute. Ich hab die ist voll groß, gell? Ja, die ist nicht groß. Die hat, also... Ich denke, dass du meine Neutral-Karte hier aufsammelst. Die ist aufgesammelt, oder? Ja, aber das ist... Ja, aber das ist... Ja, aber das ist... Irrbild, klasse. So meinte ich. Ja, warte, ich geh dich gleich in den Guten. Wenn ich mal editieren könnte. Wenn ich mal editieren könnte. Das sind deutsche, Digga, die du trinkst. Die haben Hort im Namen. Die ich töte, wenn ich sie töten würde. Wenn der dich jetzt holt, hat dich ein Portman-Buggetötet, Digga. Wo ist er? Digga, ich kann nicht editieren, Digga. Das muss alles rausgeschnitten werden, ich weiß. Nö. Nein! Digga, die facken ja mies ab. Guck mal, wie... Easy. Digga, guck mal, was das bis wir jetzt sind. Ich will. Baaat! Ich hab keinen A, ich hab keinen A. Ich hab keinen A. Digga, warum hab ich so einen A? Hey, Alter! Okay, warte, da muss ich jetzt irgendwas Krasses erzählen. Also, ich bin heute in die Schule gegangen. Mhm. Und dann hatten wir irgendwie nur drei Stunden. Ja. Und dann hatten wir Chemie. Und die Lehrerin hat irgendwie gedacht, die ist beim Militär. Und hat sie uns die ganze Zeit angeschrien. Aber kann ich auch verstehen, weil... Angeschrien? Ja, weil die ganze Klasse nichts wusste. An der Stelle grüße meine Chemielehrerin. Wenn Sie das so sehen, können Sie gerne einen YouTube-Kanal aufmachen über Chemie. Ich pushe die dann, wenn ich eine Eins bekomme. Dankeschön. Hä, aber warum wusstet ihr nicht, dass es kein Unterricht ist? Nein, Digga, nicht kein Unterricht. Die hat uns angeschrien, weil wir alle so lost waren, einfach nichts im Unterricht wussten, Digga. Unsere ganze Klasse, ne? Ach so. Wir haben alle nichts gerallt, ne? Lass mal, wer sind. Die hat so eine Frage gestellt. Und jeden, den sich angenommen hat, keiner wusste irgendwas. Dann sollte ich sofort in die Tafel, sollte so irgendwie irgendwas dran schreiben. Und bei der letzten Stunde war ich nicht da, war ich mit so einem Kumpel-Kranken-Zimmer, war ich halt nichts gerallt. Ich sollte so komisch schreiben. Ja, kenn ich früher. Digga. Kenn ich, kenn ich von damals. Vor allem Chemie ist halt anders Krise. Wir haben auch mal gar nichts gewusst, Digga. Auch in Chemie und der Lehrer hat so rumgebrüllt. Die Sachen so, ach, eh, bei ihm. Und dann, ja, hab ich ja irgendein Abitur gemacht und dann hab ich gar nichts mehr gerallt. Was hast du für ein Abi? Was, ein Schnitt? Ja. Lass mal hier das Haus gehen. Was denkst du? Äh, 2,0. 1,9, Bruder. 1,9? Yes, man. Ich seh nur dumm aus, ich bin gar nicht dumm. Du bist halt komplett, ne? Nein, Spaß. Schule, also nicht Spaß, das stimmt wirklich, aber Schule ist ja nicht kein Beweis, dass du schlau bist. Ich weiß. Schule ist nur so ein Beweis, dass du lernst, oder keine Ahnung. Bist du eigentlich schon mal fast von der Schule geflogen, oder so? Äh, nee. Oder bist du so voll erliebt? Ich bin in meiner Schule, seit zwei Mal von der Schule geflogen. Mit ein paar Lehrern hab ich immer ab und zu Stress, Digga, aber eigentlich geht's mit. Ist der Gegner? Ist der bei dir? Ja. Sonst wir? Einer von denen hat keine Waffe. Aber die sind nicht gut. Oh, die sind doch gut, die sind die Besten. Komm rein. Jetzt nicht wieder. Hast du beide? Ne, ich hab nur einen. Oh, du bist das. Holy shit. Der andere ist hier unten, der hatte keine Waffe. Wo ist der? Der ist gekretet, oder? Ja, er hat das gekretet. Hast du zufrieden verabschiedet. Den hätten wir einfach anhitten müssen, Digga, hätten wir easy'n Kill gehabt. Oder auch so easy'n Kill. Hier sind auch Gegner. Digga, ich bin halt viel zu müde, um irgendwie gut zu spielen. Kenn ich, Bruder, kenn ich. Vorhin, Junge, vorhin war ich. Da war ich gut, Junge. Du musst ja auch um 12 Uhr nachts, Digga, einfallen. Ja, ups. Ey, Jungs, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein paar mehr Montagen sehen wollt, oder eher sowas hier. Digga, die Montagen waren doch schon sick, Digga, von dir. Nein, nein, ich werde aus dem Lauf gesnipet. Ich auch, ich auch, er ist der Beste. Er ist einfach der Beste. Warte, das ist ein Hacker. Guck ihn zu, guck ihn zu. Digga, what the fuck? Wer hat uns gesnipet? Robes, Robes oder Scropplord? Robes. Digga, Robes, Alter. Der Hack, Digga, da kann ich zwei Leute aus dem Lauf wegsnipe. Okay, scheiße, wollen wir jetzt Only One machen? Hast du Bock? Ja, machen. Ich bin mal gespannt, Digga, weil du hast dich ja schon krank verbessert, so. Ja, ich hab mir sagen lassen, dass ich mich verbessert hab im One and Ones. Mal gucken. Ja, du hast dich, man, du hast dir sagen lassen, du hast mich auch schon das eine oder andere Mal getötet. Ich hab dich schon das eine oder andere Mal nicht nur getötet, sondern geklappt. Wir nehmen natürlich dieselben Waffen. Ja, alle von denen ist Warner hier, das du nimmst. Achso, okay. Gehst du unter? Digga, jetzt ist mein anderer Air-Pod auch noch leer. Toll. Okay, komm jetzt schnell One-D-One hier. Dann juckt das nicht. Ja, ran vorhin, Bruder. Na, alte Frau ist auch kein D-Zug mehr. Ah ja. Okay, komm ran. Das Ding ist, du spielst halt so komisch in One-D-Ones, ne? Ich weiß immer nie, wie ich gegen dich spielen soll. Digga, du hast ja mal eine Taktik. Guck mal, hier ist zum Beispiel. Bruder, das nennt man Taktik. Das ist... Das hat nichts mit Spiel zu tun. Die Eske-Taktik. Aber jetzt bin ich im Low-Ground, Digga, und dann verkacke ich meistens gegen dich. Wenn ich bei dir im Low-Ground bin, Digga, keine Chance. Aber meistens bleib ich dann einfach im Low-Ground. Ich weiß, dann bleib ich ein Low-Ground an. Komm rein. Digga, du hast nämlich Low-Ground schon, ernst? Oh, was ist deine Mission? Ah, Digga, kennst du das, wenn du hängen bleibst? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo du bist, gell? Oh, ich hab Ding nicht... Ich konnte nicht zuhören, Digga. GG. Ja, das war eine scheiße Runde. Weißt du, was ich mein? Ja. Öh, der war einfach noch nicht ganz bei mir. Jetzt hab ich richtig reingekackt, Digga. Die Runde geht sowas von safe on dich, Digga. Alles easy. Du, aber ein bisschen mit Stahl, Digga. Metallmöglich. Öh, öh. Digga, glaubt mich nicht. Öh, nein. Heiß Maul. Ich dachte, ich hieß genervt, Digga, den neuen Schöpker. Ich hab dir 56er Hit gegeben auch. Distanz, Digga. Ja, ich hab's gesehen, Junge. Du warst wieder komplett der Beste. Nee. Ui, Alter. Ah, Mann, Digga. Digga, aber ich schwöre, das war gut von dir, ne? Hab das noch? Äh, 59. Hast du eigentlich mal vor, irgendwann wieder auf Controller zu spielen, oder willst du jetzt vor Laufdinges bleiben? Ich hab ja noch Controller. Was? Ich mag Controller nicht so, selber. Okay. Ich hab da nicht so das Gefühl drauf. Ich hab zwar meine Pro-COD-Zeiten auf Controller gespielt, aber... Fortnite würde ich dich ja nicht Pro mit nennen, aber... Aber YouTuber. Ja, COD damals, was ist mit mir los? Ja, Bruder, erzähl aus, Digga, sowas passiert eben. Kannst jeden Pro-Schüler fangen. Da haben wir ja trotzdem das Finale gewonnen, so ein Ding ist das, weißt du. Ich kenn natürlich nur den dummen Move, aber... Ja, Digga, ja, ja, ich, 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 ich kenn das, ich kenn das halt. Also, ich, ich, ich hab dich unentschisslos jetzt Video kennengelernt, obwohl ich nicht mal COD geguckt hab, wo du erklärt hast, was, was in diesem Finale passiert ist. Boah, hast du mir aber ne Chance gegeben, kann das sein? Nee. Ach komm, Digga, ich mach dieselbe Taktik wie immer. Was machst du? Wenn ich absolut keinen Bock mehr hab, Digga. Die SG-Taktik. Oh. Äh. Ich kann keine 90s. Äh. Nein, geh weg. Alter. Digga, da kann man jetzt richtig gut diesen Meme einbauen. Dieses hell, he-he-he-he-he. Keine Ahnung. Ich will mal fitzen. Okay. Du bist gar nicht verfitzt, ich hab immer in den Lowground. Ja, und ich bin halt so ein Bob-Junge. Ich fahr da einfach noch weiter runter. Ich checke halt gar nicht, wo du bist, ne? Ja, ich checke auch nicht, wo du bist, Digga. Ich weiß, wo du bist. Du kleine... Hala. Hala. Gigi, okay, komm. Jetzt klebst du mich, hab ich gehört. Digga, das Ding ist, ich hab... Kennst du es, wenn du eine Woche oder so Kramfort einmal gesetzt hast, Digga? Ja. Ist einfach... Ist einfach... Badest Player EU, Digga. Oh, nein, geh weg. Ich kann nicht editieren. So ein Ding ist es. Gigi. Bruder. Ja, Bro, was soll ich sagen, ist halt ein bisschen spät. Gigi an dich. Ja, ja. Gigi. Jungs, dann, äh... Das war's mit dem Video. Ach, ich kann nicht reden, Junge. Ähm, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Jo, Leute, das... Jo, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo... Und ein Abonnieren auf diesem Kanal. Ja, Junge, ich kann's halt einfach gar nicht. Jo, Leute, das war's auf jeden Fall... Ey... Komm, warte, ich mach für dich die Abmoderation. Jo, Leute, mein Name ist Tante Shanti und das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo. Würde mich mega, mega freuen. Und ansonsten, schreibt nochmal in die Kommentare, wollt ihr nochmal Montages sehen oder lieber sowas. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und ansonsten kann ich noch sagen, checkt Esken aus. Oberste Link in der Beschreibung. Und jetzt haut rein, Leute. подар undart. iedy new Sombrück. Und dann wird wieder nue. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.